So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zum heutigen Video zu The Fox in the Forest. Das wird auch demnächst auf Deutsch erscheinen, heißt dann Der Fuchs im Wald und wir gucken einfach mal rein. Es ist ein Stichspiel für zwei Personen, meistens funktionieren Stichspiele erst ab drei Leuten. Es gibt jetzt schon so einige Stichspiele, die ab zwei Spielern funktionieren und das hier hat ein paar ganz coole Elemente. Und zwar, was ich immer am interessantesten daran finde, bei vielen Stichspielen ist es ja einfach gut, viele oder gar alle Stiche zu bekommen. Dann bekomme ich richtig viele Punkte. Hierbei eben nicht, denn wir sehen hier auf dieser Übersichtskarte, es gibt insgesamt 13 Stiche, die man machen kann. Bekomme ich 10 bis 13, dann bin ich greedy, dann bekomme ich einfach 0 Punkte und mein Gegner hat im Gegenzug natürlich 0 bis 3. Er bekommt einfach 6 Punkte dafür. Das heißt, im Optimalfall würde ich 7 bis 9 Stiche haben, weil dann habe ich halt 6 Punkte. Wenn ich meinetwegen 7 habe, muss ich mit Spiel 5 haben, hat er nur 2, sprich habe 4 Punkte Vorsprung. Also es ist wirklich eigentlich das Beste, was ich erreichen will, 0 bis 3 zu bekommen. Aber das ist natürlich eine schwierige Balance, weil wenn ich halt 0 bis 3 bekomme, bekommt er gar nichts, sprich habe 6 Punkte Vorsprung. Aber wenn ich dann doch noch einen Stich untergegubelt bekomme, habe ich halt nur 1 und er hat 6 Punkte, wären schon 5 Punkte Vorsprung. Aber das ist schon wirklich eine interessante, tolle Idee, die gut funktioniert. Und im Spiel selbst würde dann einfach jeder Spieler 13 Karten bekommen. Dann bleiben 7 Karten übrig, davon wird eine aufgedeckt, die anderen kommen hier auf den Stapel. Das ist dann die Trumpffarbe, die Zahl ist egal, einfach die Schlüssel. Die Symbole sind für mich als Farbenblindenheit sehr gut. Das ist Trumpf, es gibt insgesamt 3 Farben, das ist jetzt meine Hand. Es gibt hier dieses Orangen, diese komischen Spielfiguren, diese Schlüssel und diese Monde. Und wie gesagt, das ist jetzt Trumpf, wovon ich gar nicht so viel habe. Wenn ich jetzt rauskommen würde, wäre es einfach ganz klassisch, ich würde mit irgendwas rauskommen und da müsste einfach der Mitspieler bedienen. Sprich, ich würde jetzt hier die 2 in der Farbe ausspielen und jetzt könnte mein Mitspieler sagen, aha, weißt du was, das ist ja ganz gut für mich, ich spiele zum Beispiel die 7 da drauf. Und alle ungeraden Karten haben eine Spezialfähigkeit. Bei der 7 zum Beispiel, die ist einfach einen ganzen Punkt wert. Ansonsten 10 Stiche, an sich ja nichts, ich gucke nur, wie viele Stiche habe ich. Und danach richten sich meine Punkte, aber eine 7 sagt einfach, du hast einen Punkt mehr. Schon mal ziemlich toll für ihn. Das heißt, er würde die dann bekommen, bei sich irgendwie so auch sortieren, dass man sieht, wie viele Stiche der andere Spieler hat. Und dann hat er jetzt schon mal einen Punkt safe. Würde dann aber wieder rauskommen. Und muss sich jetzt natürlich gerade zu Beginn überlegen, möchte er versuchen, möglichst wenig Stiche zu bekommen. Gar keinen geht schon jetzt nicht mehr. Oder möchte er versuchen, hier in diesen 7 bis 9er Bereich zu kommen. Könnte dann zum Beispiel diese 10 hier spielen. Für mich natürlich ein bisschen doof, weil ich habe in der Farbe nichts Höheres. Und wie das bei Stichspielen immer so ist, ich muss bedienen, wenn ich kann. Aber ich könnte jetzt, wenn ich wollte, wenn ich denke, ich möchte gerne ein paar Stiche haben, die 9 drauf spielen. Die 9 ist zwar tiefer als die 10, die 9 hat aber die Spezialfähigkeit, dass die 9 einfach so zählt, als wenn sie Trumpf wäre. Sprich, als wenn es ein Schlüssel wäre. Und damit habe ich quasi bedient, aber einen Trumpf gespielt, also ist das mein Stich. Aber es kann auch wirklich sein, dass ich das vielleicht gar nicht möchte und stattdessen lieber diese Karte hier spiele. Dann bekommt mein Mitspieler den Stich und er merkt schon, ah, Ben will gerade gar keine Stiche. Aber angenommen, ich hätte das so gemacht. 9 sagt, ich bin Trumpf. Dann bekomme ich den Stich und lege den hier so ab. Jetzt müsste ich halt weiter rauskommen und bin immer noch am überlegen, die Kartenhand ist eigentlich ganz gut, um nicht so wirklich viele Stiche zu bekommen. Das heißt, ich könnte vielleicht sagen, okay, ich versuche das einfach mal und spiele diese 5 aus. Die 5 hat als Spezialfähigkeit, bevor der Mitspieler irgendwas macht, darf ich eine Karte hier ziehen. Aha, könnte ich hier einordnen. Und könnte dann zum Beispiel sagen, okay, diese 9, wenn ich keine Stiche haben will, kann mir die ja gefährlich werden, lege ich wieder unten drunter. Und das ist auch eine ganz coole Sache, dass man zum einen seine Kartenhand ein bisschen variieren kann und dadurch, dass eben auch Karten im Stapel liegen, weiß man nicht 100% welche Karten haben die Mitspieler. Es gibt Stichspiele, wo immer alle Karten im Spiel sind. Das heißt, man weiß genau, wenn man alles mitzählt, das und das muss gespielt werden. Hier ist es ein Kann. Man muss auch immer ein bisschen das Unwägbare einkalkulieren und dann hoffen, dass es irgendwie gut geht. Und jetzt, nachdem ich getauscht habe, kann mein Mitspieler hierauf eine Karte spielen. Und er könnte jetzt zum Beispiel sagen, nee, weißt du was, ein 4, den Stich will ich gar nicht. Also bekomme ich dann den Stich und muss jetzt weiter rauskommen. Und ich sehe zum Beispiel von den Monden, ich habe keine 1. Das heißt, die Chance ist für einen Mitspieler, die 1 ist relativ hoch. Sie könnte aber auch hier im Stapel sein. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich versuche einfach mal keine Stiche zu bekommen, dann könnte ich jetzt zum Beispiel die 3 aufspielen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich versuche gar keine Stiche zu bekommen, dann könnte ich hier zum Beispiel die 2 aufspielen. Ich weiß ja, er kann da nicht drunter. Er wird wahrscheinlich noch einen Schlüssel haben. Er muss dann bedienen. Und jetzt könnte er eben im Gegenzug sagen, okay, dann spiele ich mal die 5. Dann darf er eine Karte ziehen, die ich jetzt natürlich nicht sehe. Und schmeiße dafür eine andere Karte drunter. Und dann ist es aber sein Stich. Und jetzt könnte er zum Beispiel die 11 spielen. Die 11 sagt einfach, ich muss jetzt die 1 spielen, wenn ich sie habe. Oder die höchste Karte in der Farbe. Das Gute für mich ist aber, ich habe diese Farbe gar nicht. Also kann ich jetzt für meinen Teil was abwerfen. Und wenn ich jetzt versuche, wenig Stiche zu bekommen, könnte ich zum Beispiel meine 11 da drauf werfen. Ich habe nicht die Farbe bedient. Ich habe keinen Trumpf gespielt. Also sein Stich. Und er weiß jetzt, aha, Ben hat gar keinen Orange mehr. Und er hat jetzt schon 3 Stiche. Das heißt, die Chance, dass er noch einen Stich bekommt, ist relativ hoch. Da kann er jetzt natürlich versuchen, viele Stiche zu bekommen. Aber er muss irgendwie versuchen, mir auch noch einen unterzujubeln. Und was für eine Dynamik das wirklich nimmt, sieht man auch immer erst im Verlauf der Partie. Also ist das Nächste, was er machen kann, die 3 zu spielen. Den Fuchs im Wald. Die Karte sagt, wenn man möchte, kann man diese Karte hier auf die Hand nehmen. und dafür eine andere Karte dorthin legen. Das heißt, er könnte zum Beispiel sagen, okay, er legt mal die 8 hier hin und tauscht somit den Trumpf. Wahrscheinlich hat er davon wenig. Wie ich gerade sehe, oh Gott, ich habe davon ganz schön viele. Das heißt, ich bekomme wahrscheinlich jetzt doch viele Stiche. Für mich natürlich gar nicht so gut. Aber noch bin ich ja in der Situation, wo ich einfach gucken kann, was ich daraus mache. Jetzt könnte ich natürlich versuchen, meine Taktik zu ändern und zu sagen, okay, ich versuche jetzt vielleicht doch einfach ein paar Stiche zu machen. Weil er hat schon 3. Einen Stich werde ich ihm schon irgendwie noch unterjubeln können. Also erhöhe ich jetzt mal einfach meine Option. Spiel die 5 darauf. Ich habe die Farbe nicht, also kann ich nicht bedienen. Ich habe jetzt gestochen, also komme ich weiter raus. Es ist die 5. Ich ziehe also eine Karte. Habe jetzt hier die 1. Kann überlegen, ob ich die haben möchte oder nicht. Da ich mir eigentlich noch einen Stich unterjubeln möchte, sage ich mal, okay, ich nehme die und tue dafür die 2 unten drunter. Das weiß er natürlich nicht. Und jetzt komme ich eben weiter raus. Habe jetzt eben auch 3 Stiche. Da haben wir beide. Das heißt, aktuell hätten wir beide 6 Punkte. Aber irgendwer wird jetzt noch Punkte bekommen. Und es ist natürlich auch doof, mit 2 Einsen viele Stiche zu bekommen. Schwierig. Ich könnte jetzt zum Beispiel die 7 auch spielen. Die 7 ist, wie gesagt, einfach ein Punktwert. Da muss ich jetzt auch überlegen. Will er die oder will er die nicht? Verdammt, er hat schon einen Punkt. Er nimmt die jetzt mal einfach mit. Bedient er mit der 10. Ist höher als meine 7. Sein Stich. Dann kommt er weiter raus. Könnt ihr jetzt zum Beispiel die 6 spielen, wo ich natürlich sage, oh, alles super. Ich bleib mal drunter. Ich spiele einfach mal die 3. Dann ist es auf jeden Fall sein Stich. Und ich könnte jetzt tatsächlich auch sagen, okay, ich, ne, 3 heißt ja, ich darf den Trumpf tauschen. Ich nehme den auf die Hand und lege die 1 dahin. Damit ist orange, wie der Trumpf habe. Und das habe ich nicht. Das ist natürlich ganz gut für mich. Sein Stich. Er hat jetzt schon 2, 4, 5. Das heißt, aktuell wären das einfach 2 Punkte. Dann erst mal, okay, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass Ben noch einen Stich bekommt, weil Ben hat erst 3. Ich mache ihm mal so ein Angebot, spiele die 7, wo ich natürlich herzlich drüber lache. Gott sei Dank kann ich das noch. Ich spiele einfach die 4 und bleib da drunter. Natürlich hat er damit einen Punkt. Das ist nicht ganz so gut, aber ich bekomme ja vielleicht deutlich mehr Punkte. Jetzt ist er schon so ein bisschen am Schwimmen, überlegt sich, oh Gott, was mache ich nur? Und weiß aber schon, und eigentlich sehe ich keine Sonne mehr. Das heißt, er spielt den hier. Da kann ich jetzt sagen, okay, ich spiele den. Ich könnte den Trumpf tauschen, ich möchte aber nicht. Dann spielt er vielleicht hier die 6, um mal zu gucken, was ich da noch habe. Dann muss ich jetzt bedienen, muss die 1 spielen. Und die 1 sagt, wenn ich damit den Stich verliere, dann komme ich als nächstes raus. Und das könnte mir jetzt das Genick brechen, weil ich sage jetzt einfach mal, okay, ich spiele die 8 und er denkt sich, oh Gott sei Dank, er hat die Farbe nicht, er spielt die 8 drauf. Damit bekomme ich diesen Stich auch noch. Habe jetzt 4 Stiche, das ist Worst Case. Komme dann damit raus, den Stich hätte ich jetzt gerne, weil jetzt habe ich ja eh schon 4 Stiche. Also bekomme ich einen Punkt. Dann hätte ich gerne noch den nächsten, um einfach einen Punkt mehr zu bekommen. Aber den kann er jetzt stechen. Das heißt, optimal für ihn gespielt. Ich habe 4 Stiche, er hat demzufolge 9 Stiche. Also bekommt er 6 Punkte und ich nur einen Punkt. Außerdem, wenn wir jetzt noch gucken, wer hat 7 denn? Ich habe keine einzige 7. Ich glaube, er hätte mindestens 2 Stiche mit einer 7. Einer 7 ist hier. Da sehe ich schon auch die anderen beiden 7. Das heißt, optimal für meinen Mitspieler gelaufen. Er hat einfach jetzt dementsprechend diese 6 Punkte plus 1 für jede 7. Also würde er, da gibt es hier so einen Marker für, den ich noch nicht ganz so optimal finde, 9 Punkte bekommen. Und wer nach einer Partie insgesamt 21 oder mehr Punkte hat, hat das ganze Spiel dann gewonnen. Das heißt, es dauert auch nicht so lange. Und das ist schon ganz gut. Das ist auch ein Spiel, da spielt man 1, 2, 3 Durchgänge von hintereinander. Ich habe das in Cuxhaven mit meiner Mutter gespielt, die auch total jahrelang früher Skat gespielt hat, mittlerweile Britschlehrerin ist. Die fand das auch gut. Sie wollte auch gleich noch eine Partie und noch eine Partie und noch eine Partie spielen. Aber man kann das auch einfach, wenn man irgendwie im Urlaub ist oder auf irgendeiner Rundreise, hat man das Spiel hier im Rucksack. Das nimmt auch nicht wirklich viel Platz weg, wenn man das in so eine Kartenhülle steckt. Dann kann man einfach immer unterwegs, wenn man irgendwo ist, eine Partie spielen oder zwei und dann ist es auch wieder gut. Aber das kann einen auch wirklich den ganzen Urlaub über begleiten. Also wenn ihr Stichspiele mögt und ein tolles, gut funktionierendes Stichspiel für zwei Personen sucht, das auch wirklich tiefgehend ist, nicht komplett durchrechenbar, aber durchaus Spannung, interessante, tolle Züge bietet und ermöglicht, dann ist The Fox and the Forest auf jeden Fall ein super tolles Spiel. Mir macht das richtig viel Spaß. Ich habe da jetzt insgesamt zwölf, dreizehn Partien gespielt und ich bin ja ein großer Stichspiel-Fan. Ich bin auch in so einer Skat-Familie groß geworden. Das Ding hier werde ich auf jeden Fall behalten, weil für Skat braucht man immer drei Leute. Tichu mag ich zum Beispiel auch richtig gerne. Da brauchen wir immer vier Leute für. Das hier ist für mich das wirklich optimale Stichspiel für zwei Personen. Es gibt auch noch andere, die auch gut sind, die ich auch mag, aber das hier thront bisher zumindest für mich persönlich noch über einen anderen. Das war es von mir. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald und tschüss. Bis bald und tschüss. Bis bald und tschüss. Bis bald und tschüss.